Herzlich Willkommen zurück, meine Freunde, zu The Legend of Zelda Gavis of Vistom. Ich habe hier den großen Schlüssel schon mal gefunden. Jetzt bin ich gerade unklar, wie es weitergeht. So ein Troy-Dungeon hier. Eine Fee wäre jetzt nicht schlecht. Hä? Was war schon wieder für ein mysteriöser Klang? Oh! Ne, da unten rechts war nichts. Okay. Und ich habe keine Magie mehr. Wobei, einen Plan hätte ich. Einschlüsse brauche ich auf jeden Fall, um in die eine Tür reinzukommen. Woa, da sind hier schon wieder... ...ein Herzteil. Also wenn hier ein Herzteil ist, wo ist dann das Dungeon-Item? Ach, ihr Knochen trocken wieder. Was? Ach ja. Und ich sterbe gleich schon wieder. Ich sehe es schon kommen. Diesmal war es zu früh. Diesmal war es zu spät. Nimm mal diesen Scheiß-Riecher. Oh! Kaputt! Ich dachte doch, das war voraus zu sehen. Na, jetzt habe ich noch mal mehr Magie. Super. Und ich möchte jetzt nicht jetzt dran blauen Trant dafür restieren. Aber ich weiß, wo ich Magie herbekomme. Gut, bisschen Dungeon-Auszeit. Ich muss Magie nachladen. Mwah! Und am besten noch eine Fehlung. Ich muss noch mal aufpassen. ... ... ... ... ... ... ... Tschüss. Gesteckt aber auch so viel ein eher Zyklopen. Was war das denn für ein Verarsch? Ich hab die Rennattacke benutzt. So, dasselbe nochmal. Ich brauch nämlich noch einen Schlüssel um an das Tor da oben zu kommen. Ach, lass die Rubino Rubine sein. Jetzt muss ich jetzt mal wieder den Scheiter suchen, weil ich gestorben war. Ich bin ein Frechart. 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 Ich bin ein Frechart rausgekommen. Jetzt kann ich ja erstmal da oben zu Ende machen. Wo ich nämlich hin wollte. Jetzt kann ich, glaub ich, erstmal wieder diese ekelhaften Gegner aus dem Weg räumen. Wo? Jetzt rennt er auch noch aus. Ich bin ein Frechart. Ich bin ein Frechart. Ich bin ein Frechart. Ich bin ein Frechart. Das ist ja eine Frischheit. Ach, und hier brauche ich auch wieder so einen komischen Farbschalter. Ich sehe es schon kommen. Hier ist ein Gang und hier ist ein Gang. Ich gehe es mal unten lang. Okay. Vergesst es. Ich gehe es mal her. Ach, der Schalter war hierzu. Okay. Was war in dem Pog? Ein Herz. Okay. Okay, da war ein Schalter drin. Da komme ich noch gar nicht hin. Ne, da war ich. Da oben kann ich jetzt hin. Ach, und das muss der Schlüssel sein, den ich brauche. Hoffe ich. Dann kann ich jetzt mal wieder raus. Verarschen. Ich finde den Dungeon jetzt schon blöd. Ach! Oh, tsch. So, jetzt kann ich nämlich hier rein. Okay, das war der Einraum und dann komme ich links weiter, hoffentlich. Ja, super! Damit habe ich gar nicht gerechnet. Du dummes Drecksteil! Ich werde schon wieder wahnsinnig. Die habe ich im Original schon so gehasst, diese Hände. Ich hasse euch, die Viecher! Ja. 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 Ah ja. Das ist auch so ein beliebischer Raum für den Schlüssel. Fall ich schon wieder da rein. Das ist ein Dreckslevel. Ja, ich muss sowieso den Pappeln hier. Mache ich gleich. Okay, ich beende mal eben die Aufnahme. Bis gleich.